Begrüßungen auf Deutsch Am Morgen sagen wir Guten Morgen. Wenn die Sonne aufgeht, viele Leute gehen zur Arbeit, die Kinder gehen zur Schule. Am Tag sagen wir dann Guten Tag, also Guten Tag. Die Temperaturen steigen und es ist wärmer. Viele Leute sind bei der Arbeit, die Kinder sind in der Schule. Am Abend sagen wir dann Guten Abend, also Guten Abend. Wenn die Sonne untergeht, es wird dann kühler und dunkler. Alle Leute gehen dann zurück nach Hause. Wenn wir ins Bett gehen, sagen wir dann Gute Nacht. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.